Halli ihr Löchen zusammen und willkommen zu einem weiteren Mega Opening. Heute haben wir wieder einige richtig, richtig seltene Stücke am Start und um welche Stücke es sich dabei handelt und vor allen Dingen wie viel das Ganze am Ende wert ist, das erfahrt ihr nach dem Intro. Ja meine Freunde, herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal. Ja, wir haben mal wieder eine schöne Sammlung am Schattissel, diesmal mit extrem wertvollen Karten von einem lieben Kollegen von mir, der namentlich nicht erwähnt werden möchte, deshalb sparen wir uns das Ganze, wenn wir diese zwei Kartons am Ende, oder nein, eigentlich seht ihr es schon im Videotitel, aber am Ende schauen wir trotzdem nochmal, wie viel das Ganze letztendlich wert ist und ich würde sagen, wir beginnen hier mit der Metallbox, denn da ist der absolute Overshit drin. So meine Freunde, eine schöne 2019er Sarkofakotin, ich habe das Ganze natürlich schon aufgeschnitten, damit wir uns das lästige Gepopel im Video sparen, das dauert nämlich immer etwas. Vollkommen nett von ihm, finde ich mega cool, er hat mir hier auch für einsame Abende ein entsprechendes Gadget eingepackt, das kann man immer gut gebrauchen. Gut, jetzt kommen wir aber zu dem Zeug, das uns eigentlich interessiert, und zwar die Karten, die hier drinnen liegen. Wir haben hier wirklich, boah, einiges an Material. So, dann können wir die Dose hier zur Seite packen, die stellen wir mal da oben hin. So, und ich würde sagen, wir starten auch direkt mit den großen Karten, die wir hier dabei haben, ich weiß noch gar nicht, wie wir das dann am Ende hinlegen, wollen, werden, tun, haben, sein. Ah, überall Krübel! So, also meine Freunde, wir haben Exemplar Nummer 1. Ziemlich cool, wir fangen noch etwas schlicht an, mit einer Regeki aus dem OTS Tournament Pack 2. Der aktuelle Wert der Karte beträgt so 80,85 Euro, kann man mal mitnehmen. Ist jetzt noch nichts, was den Reiter vom Pferd tritt, wenn man so möchte, vor allen Dingen, wenn man bedenkt, was da noch alles drin ist. Ich weiß es ja schon, ich habe die Sammlung ja nicht ungesehen gekauft, sondern ich habe tatsächlich Bilder von so ziemlich jeder einzelnen Karte, die hier drinnen ist, gesehen. Dementsprechend ist für mich auch nichts Überraschendes mehr dabei. Wir haben dann hier noch einen Regenbogendrachen. Das einzig Überraschende für mich wird dann am Endeffekt sein, wie die Zustände der Karten, die hier drinnen sind, sind. Denn die sind nämlich in weißen Hüllen und die kaschieren natürlich Beschädigungen sehr leicht. Er meinte natürlich, er sei alles im perfekten Zustand, aber ich habe schon häufig Karten in perfektem Zustand bekommen, die dann doch Makel aufgewiesen haben, die sie zumindest für die offizielle Sammlung unbrauchbar gemacht haben. Das ist für mich persönlich jetzt meine Rehabilitation, wenn man so möchte. Denn ich habe mal vor ein paar Jahren einen First Edition wirklich Minty auf Ebay für 80 Euro verkauft und da ging ja auch schon irgendwie 250 oder so. In meinen Augen ist es jetzt wieder der, den ich weggegeben habe. So, dementsprechend sind wir hier wieder ausgeglichen. Dürfte jetzt mal ein elftes oder zwölftes Exemplar sein von dem. In First Edition tatsächlich. Und dann habe ich glaube ich noch zwei oder drei Stück unlimited. Erkennt man hier leider Gottes nicht so wirklich gut. Die Beleuchtung ist halt gerade nicht so knorkig. Ich glaube, so kann man es noch halbwegs gut erkennen. Mit einer der teuersten Ghost Rears überhaupt. Die Karte sieht jetzt so, da ist übrigens ein Krümel drin, richtig hygienisch. Ja, die Karte sieht jetzt auf jeden Fall so ganz gut aus vom Zustand her. Also da kann man sich glaube ich nicht beklagen. Aber letztendlich kann ich das erst nach dem Video beurteilen, wenn ich das Ganze aufgemacht habe. Weiter geht es mit einem Dark Magician Girl aus Magicians Force. Leider Gottes nicht First Edition, sonst wäre die wahrscheinlich auch wieder über einen Taui wert. Aber auch unlimited geht die glaube ich 500 Euro, wenn mich nicht alles täuscht mittlerweile. Also wenn man bedenkt, dass die letztes Jahr noch 170 ging, Niermint First Edition, muss man schon sagen, dass das eine immense Wertsteigerung ist. Ich denke auch nicht zuletzt dem Yu-Gi-Oh! Hype geschuldet, der ja aktuell so ein bisschen doch am Start ist. Unlimited auch wirklich schön. Eine der klassischsten und schönsten Karten überhaupt. Und natürlich mit einer der wertvollsten, oder wenn nicht gar die wertvollste Secret Red, die man regulär aus einem Booster ziehen konnte. Ich weiß, es ist jetzt keine Aussage, auf die man mich festnageln kann, aber ich glaube, dass nicht einmal der Trihorn Dragon First Edition Niermint so viel ging. Kann sein, dass er vielleicht doch noch ein bisschen teurer ist, aber keine Ahnung. Ich habe nicht, reden wir mal vom Bauchgefühl, ich habe nicht das Gefühl, dass der Trihorn Dragon mehr wert ist, als ein Unlimited MFC Dark Magician Girl. Okay. Weiter geht es mit einem Gate Guardian. An dem ist etwas auch relativ besonders, wenn man so möchte. Er ist nicht nur First Edition, sondern auch Reverse Secret Rare. Das bedeutet, die Secret Rare Striche innerhalb des Effekts, die gehen nicht so hoch, sondern die gehen so runter. Das macht die Karte natürlich um einiges wertvoller. Und zwar nicht gerade um wenig wertvoller. Also je nachdem, welche Karte man sich in Reverse kauft, kann es auch sein, dass die Karte gleich mal ein 100er Mehrwert ist oder 200. Richtig krank, der Shit. Allerdings, ja, optisch macht das jetzt nicht den großen Unterschied. Also wenn man jetzt nicht darauf achtet, würde es einem wahrscheinlich gar nicht auffallen. Also hätte er die mir als normales Secret Rare verkauft und mir nicht gesagt, dass die Reverse ist, dann wäre mir persönlich das wahrscheinlich gar nicht aufgefallen. Auch cool. Ein kleiner Torwächter. Die Sammlung ist übrigens im Allgemeinen jetzt nicht so riesig, von der Menge an Karten. Also es sind, glaube ich, keine 500 Karten oder so. Genau. Und dann haben wir hier noch einen Black Rose. Dragon, schwarzen Rosendrache, deutsch First Edition, der auch nirgend sein sollte. Natürlich mit einer der wertvollsten Ghost Rays überhaupt auf dem Markt. Ich glaube, die zweitwertvollste nach dem Stardust aktuell mit dem Wert von ungefähr 1700 Euro, wenn mich nicht alles täuscht. Zumindest das ist das günstigste Angebot auf Market. Ich weiß aber ehrlich gesagt momentan nicht, für welchen Preis der wirklich über die Ladentäcke ging. Das habe ich versäumt. Ja, nachzugucken. Den legen wir mal hier so schön in die Mitte, weil es halt gerade so geil aussieht. Und dann kümmern wir uns hier um diesen Stapel. Die waren so zusammengeklebt. Deswegen ist hier überall Tesa. Dementsprechend... Ja. Legen wir die mal hier hin. Und gucken uns die mal an. Ich möchte mir speziell die Ghost Rays anschauen. Wegen den Print Lines. Ich glaube nämlich tatsächlich überhaupt keine gesehen zu haben. Zumindest von der Hülle her nicht. Und... Also ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber... Ich kann es jetzt hier nur durch die Kamera sehen, aber ich sehe hier keine Print Lines, Leute. So wie das aussieht... Ah doch, hier hat er Print Lines. Hier, genau. Aber nur sehr wenig. Also ganz, ganz wenig. Minimale Print Lines. Sehr cool. Geht ja mittlerweile auch so um die... Lass mich lügen. 300 Euro das Stück in etwa? Könnte hinkommen. Ist eine ziemlich, ziemlich teure Karte. Ich denke allerdings, dass ich den Stapel doch auf die rechte Seite tue, damit ich sie besser hier links quasi platzieren kann. So. Dann haben wir eine Satellitenkanone. Die hier aus Dark Revelation 4 ist. Das ist die wertvollste Variante der Karte. Geht auch irgendwas über 100 Euro tatsächlich. Und sieht natürlich im Licht extrem gut aus. Ohne Licht sieht man den Effekt kaum. Und das war auch die Karte, die ich letztens angekündigt habe, in dem 19k Ordner. Wo ich meinte, ja, ich weiß nicht, ob die jetzt aus Dark Revelation ist oder aus dem Champion Pack. Mir werden beide Varianten lieb gewesen. Aber ich bin irgendwie doch froh, dass es die Dark Revelation 4 Variante geworden ist. Super, jetzt hat sich da der Tesa irgendwie drüber gewölbt. So, da haben wir sie wieder safe verpackt. Sehr coole Geschichte auf jeden Fall. Von den Ghost Rare Rars dürften uns noch ein paar mehr erwarten. Oh, warum muss das denn so zusammenkleben? Jungs, nee, nee, nee. So. Hier haben wir jetzt auch ein ziemlich teures Stück, nämlich den schwarz glänzenden Soldaten. Gesandtes Anfangs, den möchte ich auch gar nicht rausholen, denn ich sehe hier schon, der ist in der schwarzen Hütte, dass der keinen Silver Ring hat. Also der ist wirklich in einem optimalen Zustand. Er ist tatsächlich sogar deutsch und nicht Ami. Denn die Amis sind von der Qualität her, was das Set betrifft, noch ein bisschen besser, da die nicht so anfällig für Silver Ring sind. Die hier ohne Silver Ring zu finden, ist fast ein Ding der Möglichkeit. Und wenn mich nicht alles täuscht, ist die Karte auch ein bisschen was über 100 Euro wert. 105 oder so vielleicht. Das ist bloß eine Schätzung. Ich habe es noch nicht nachgesehen. Das werde ich dann vor dem Fazit machen. Da gibt es ja ohnehin einen Cut. Aber das mit dem Teser, das sieht doch scheiße aus, ey. Also, naja, aber ist natürlich für den Transport wesentlich, wesentlich sicherer gewesen. Gut, dann haben wir hier noch einen BLS gehabt. Hier haben wir jetzt noch was Besonderes. Allerdings bin ich mir hier des Zustands nicht ganz sicher. Und zwar handelt es sich hier um eine Exodia The Forbidden One. Und zwar aus DLG1. Das ist sozusagen das nordamerikanische Retro-Pack, wenn man so möchte. Eine sehr coole Sache, aber ich sehe hier halt an der Seite so einen richtig schönen ranzigen Streifen Silber. Dementsprechend ist die nur noch was für meine Nebensammlung. Nicht für meine Hauptsammlung. Ist aber auch in dem Zustand. Sie ist ja trotzdem noch nie im Mindest. Ist ja nur was Minimales. Ist auf jeden Fall cool, dass die hier mit dabei war. Ich weiß gar nicht, ob die Teile aus DLG, ob sie überhaupt gab. Gab es die aus DLG? Ich weiß, dass ich Exodia aus DLG habe. Ich weiß aber nicht, ob da die Teile bei waren. Müsste ich mal nachgucken. Also, die letzte DLG Exodia ist auch schon ein bisschen her. So, dann haben wir hier einen Überläufer. Und wenn wir uns mal hier anschauen, was das... Also, ich möchte mal auf die Qualität dieser Sammlung verweisen. Also, sie ist halt wirklich... Schaut euch das mal an. Das ist einfach wie... Pack-Fresh ist das. Also, die Karten sind halt wirklich von der Quali her der absolute Oberhammer. Und das kostet natürlich auch entsprechend. Ist natürlich vollkommen logisch. First Edition natürlich Deutsch aus Metal Raiders. War noch nie ein günstiger Spaß, die Karte, soweit ich weiß. Sehr coole Sache legen wir auch mal zur Seite. Dann haben wir noch aus Toon Chaos einen Topf der Begierden. First Edition in Collectors Rare. Da war ich mir auch nicht sicher auf dem Bild, ob das jetzt die Secret oder die Collectors Rare ist. Aber es ist die Collectors. Finde ich gar nicht so schlecht. Den aktuellen Wert weiß ich jetzt gerade allerdings nicht. Dürfte allerdings nicht gerade günstig sein, das Teil. Also, ich denke mal, auch so im höheren zweistelligen Bereich wahrscheinlich. Dann auch sehr schön ein Cyber-End-Drache. First Edition aus Cybernetic Revelation. Und natürlich wollen wir hier auch mal ganz kurz den Zustand überprüfen. Und wie ihr seht, liebe Freunde, seht ihr nichts. Seht ihr das, dass da oben sieht aus wie ein Knick oder eine Welle. Aber, ne, mit dem bloßen Auge ist hier absolut nichts zu erkennen. Keine Ahnung, muss ich mir vielleicht nach dem Video nochmal genauer anschauen. Es ist immer ein bisschen schwierig, wenn man so hinter der Kamera sitzt, wisst ihr, entweder eben durch den Bildschirm oder halt dann so an der Kamera vorbei, lugend da hundertprozentig was zu erkennen. Das gucke ich mir nochmal an. Sieht ein bisschen aus wie eine Welle, aber mit dem bloßen Auge, wenn ich so an der Kamera vorbeischiele, kann ich sie nicht erkennen. Als ob mich meine Kamera so ein bisschen veräppeln wollen würde. Jetzt kommen wir zur wohl teuersten Einzelkarte aus dem Ganzen. Nämlich der blauägige Weiße Drache. Deutsch in First Edition tatsächlich. Sehr, sehr, sehr cool und sehr selten. Wirklich äußerst selten. Speziell die deutschen Exemplare sieht man ja kaum noch. Und tatsächlich sogar wesentlich seltener als die Amis. Es gibt amerikanische Prints, die sind wahrscheinlich noch ein bisschen teurer. Aber selbst die sieht man häufiger als ein deutsches Exemplar. Und wenn ihr das mal anguckt, seht ihr das? Diese Karte hat halt original nichts. Das ist richtig, richtig heftig. Der geht glaube ich irgendwie, keine Ahnung, ich glaube einen deutschen gibt es gerade gar nicht auf Market, aber geht irgendwo bei 4000 Euro los das Ding. Ungegradet natürlich. Wenn ich den graden lassen würde, dann hätte ich wahrscheinlich 10k oder so. Also der ist halt auch wirklich, der ist auch vom Centering halbwegs gut. Ich glaube der hat ein bisschen so ein Shift nach links, unten, so weg. Aber wirklich minimal. Sehr, 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 sehr coole Karte. Eigentlich hätte noch ein Red-Eyes dabei sein sollen in First, aber da haben wir wohl aneinander vorbeigeredet. Den wollt ihr nämlich behalten tatsächlich, nicht mitgeben. Das habe ich falsch verstanden. Ich weine dem Ganzen etwas hinterher, weil den Red-Eyes hätte ich auch wirklich sehr, sehr gerne gehabt. Genau, dann haben wir hier nochmal einen Torwächter, einen Gate-Guardian. Deutsch diesmal, nicht Reverse Secret Rare, sondern normales Secret Rare. Jetzt weiß ich bloß gerade gar nicht, wo ich das ganze Zeug noch hinlegen soll. Ich würde mal sagen, wir machen mal hier so weiter und machen so eine Reihe nach unten. Dann haben wir einen Jinso, auch sehr, sehr cool das Ganze. Jinso First Edition aus Foro Servant. Auch in einem hervorragenden Zustand. Dem Ding fehlt, soweit ich das hier beurteilen kann. Gar nichts, ich muss natürlich nochmal schauen. Aber ich denke, also ich habe ja schon zwei Sammlungen gekauft. In der Regel war ich immer zufrieden. Ich glaube bei der ersten Sammlung gab es zwei Karten, wo nicht wirklich nimmend waren in meinen Augen. Und in der zweiten war aber alles top. Und also ich sage mal so 99,9% passt von den Zustandsangaben, die er da macht. Sehr coole Geschichte auf jeden Fall. Dementsprechend glaube ich auch, wenn er sagt, dass das top ist, dass das auch wirklich top ist. Dann haben wir einen LOB, rotäugigen schwarzen Drachen. Allerdings halt den unlimitierten. Also er hat mir den First nicht gegönnt. Aber was will man tun? Den luxe ich ihm irgendwann auch noch ab. Irgendwann ist soweit, irgendwann verkauft er mir das Ding auch noch. Der First Edition Red Eyes war nämlich schon bei der ersten Sammlung dabei, die ich bei ihm abgekauft habe. Aber die hat er schon für sich outgesourced. Und der zweite Versuch, ihm die abzuluxen, hat auch nicht funktioniert. Alle guten Dinge sind drei. Das nächste Mal schnappe ich mir den. Dann sehen wir den halt in der nächsten Sammlung. Sei es drum. Dann wird es auch wieder dreistellig. Ah Gott. Dieser Tesa. Oh. So. Einen dunklen Paladin. Den haben wir in letzter Zeit, oder doch in letzter Zeit haben wir den schon öfter gesehen. In den Neuzugängen hatten wir den glaube ich letztens. Vor ein paar Folgen. Äh, 140 geht der glaube ich in etwa. Ja. Auch deutsch. Auch wirklich nicht eine silberne Stelle. Nicht eine. Also normalerweise haben die Deutschen, wenn sie wirklich in einem sehr guten Zustand sind, ja zumindest irgendwo so ein Minipunkt. Aber auch hier absolut nichts. Also ich bin wirklich froh, dass ich so viele High-End Trader und Sammler kenne, die einfach diese Karten in den entsprechenden Zuständen haben. Weil wenn man sich sowas auf Market kauft, dann dürft ihr, wenn ihr dir das Niermint bestellt, davon auskennen, dass da einige silberne Stellen bei sind. Das hier Leute ist für mich Niermint und nichts anderes. Sehr cool auf jeden Fall. Epische Karte im zweitbesten Artwork tatsächlich. Und natürlich in Secret Rare. Secret Rare ist sowieso so eine Rarität, die halt extrem gut geeignet ist für den Dark Paladin. So, dann, 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 würde ich mal sagen, platzieren wir die Karten hier drauf, damit wir hier weitermachen können. Und machen weiter mit einem Yatagarasu, der glaube ich mittlerweile 250 Euro geht. Irgendwie so, also der der ganz astronomische Preise mittlerweile erreicht. Auch First Edition aus Legacy of Darkness, LOD. Allerdings, ja, der Market-Wert, den ich jetzt hier genannt habe, der ist ungefähr drei Wochen alt oder vier Wochen alt. Keine Ahnung, vielleicht war es ein Buyout. Wow, jetzt ist die Kamera hier. So, ähm, also es war ein Buyout. Ich kann euch leider nicht sagen, äh, ob das jetzt immer noch so ist. Wie gesagt, da muss ich jetzt dann nach dem Dreh gucken. Aber auch der hier ist wirklich in einem hervorragenden Zustand. Und ja, sowas nimmt man natürlich auch gerne mal mit, wenn man es dann angeboten bekommt. Ich habe ja schon ewig viele Yatars, ich glaube 10 oder 12 Stück. Aber man kann natürlich nicht genug haben, wenn man House of Cards heißt. Ihr wisst das ja. Dann haben wir hier einen, äh, hier, äh, Dingens, äh, Bumsens, äh, Geschäfte mit der finsteren Welt. Das ist jetzt halt so eine 25-Euro-Ulti. Ähm, also im Verhältnis zu dem, was wir hier sonst zu liegen haben, eher weniger, ähm, spektakulär, was die Werte angeht. Aber es ist natürlich Dark World. Ihr wisst, mein Herz schlägt für Dark World. Und dementsprechend war es natürlich ein Muss, dass die mit dabei ist. Ein absolutes Muss. So, die legen wir mal hier ein bisschen versetzt hin. So, dann kommen wir nochmal zu einem RAR. Da haben wir hier noch zwei Stück. Und ich möchte hier auch dieses Exemplar wieder auf Printlines überprüfen. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Und natürlich, ja, der hat auch Printlines, aber auch nur ganz, ganz wenige. Viele stellen mir immer so die Frage, ja, Julian, wie ist das denn wegen deiner Ausstellung? Du sammelst ja nur Nier-Mind bis Mint. Äh, wie ist das denn? Speziell beim RAR fragen sie. Mit dem RAR mit den Printlines oder auch bei dem Maximum Gold-Zeug. Äh, ja, sammelst du die dann überhaupt? Und so, weil die entsprechen dann eigentlich gar nicht deinen Zuständen per se. Okay, ja, natürlich sammle ich sie. Wenn es nichts anderes gibt, so, wenn die halt einfach so produziert worden sind. Meine Güte, was soll ich machen? Ich lasse ja deswegen nicht weg bei der Ausstellung. Dann sammle ich sie halt so. Meine Güte, dann kann ich es halt auch nicht ändern, ne? Bei Toon Chaos, da gab es ja auch diese ganz vielen beschädigten Karten, die immer hinten so weggeknickt sind. Da gab es aber auch Ausnahmen, wo halt die Karte wirklich Top-Mind war. Und da muss man dann halt einfach extrem lange nach dem entsprechenden Exemplar suchen. Da mache ich dann keine Kompromisse. Aber ich glaube, ich habe, also ich habe jetzt, glaube ich, 10 Stück von RAR in Ghost. Einen Unlimited, die anderen First. Und ich habe nur zwei Stück oder so, oder ein Playset, die keine Printlines haben. Oh. Ich habe gerade einen ohne Printlines dazu bekommen. Die Karte hat keine Printlines. Nicht schlecht. Gut, ich vergewissere mich das Ganzen nochmal nach dem Video, bevor ich sie dann für immer in eine Hülle packe, weil ich hasse es, Ghost Rars auszupacken. Ich hasse es. Weil ihr wisst ja, das Bild verkratzt so leicht. Ja, und dann kommen wir zur letzten Karte. Auch so eine, ich glaube, boah, was kostet die momentan, lass mich lügen, vielleicht 30, 40, 60, wenn es hoch geht. Muss ich Gott sei Dank, na was heißt Gott sei Dank, ich musste halt letztens einen aussortieren, der oben so ein Mini-Eselsohr hatte. Jetzt habe ich sie wieder, das heißt, mein Bestand ist wieder aufgefüllt. Und die hier ist natürlich in einem Top-Zustand aus PCK, eine ziemlich teure Promo. Übrigens, uns erwartet noch eine ungefähr 750 Euro Sammlung, da sind auch ziemlich viele Altis und auch viele Promos drin. Ich glaube, den habe ich auch gesehen. Genau, sehr schöne Karte auf jeden Fall. Also das war jetzt nur der Stuff, der hier in Behälter Nr. 1 dabei war. Das war natürlich der krassere von beiden. Ich fange immer mit dem Besten an, damit ich die ganzen ungeduldigen Leute, die bloß den Überkrankenschitz sehen wollen, schnell abgearbeitet habe. Die dürfen dann gerne wieder abschalten und uns das Ganze genießen lassen. Aber es lohnt sich dran zu bleiben, denn wenn ihr glaubt, in der zweiten Box ist Bulk, dann habt ihr euch getäuscht. So meine Freunde, in der zweiten Box hatten wir zwei Deckboxen plus drei weitere Top-Loader mit schnieken Karten. Und da fangen wir natürlich auch gleich mit den Top-Loadern an. Genau. Und zwar haben wir da zum einen einen schwarzen Totenkopf, äh, guck, äh, puh, einen schwarzen Totenkopf dran. Der ist zwar leider nicht First, klar, wobei ich ihn in First schon gerne noch ein paar Mal hätte. Ich habe ihn nämlich erst eine Handvoll mal. Aber ihr seht auch, dieser hier ist wieder vom Zustand her einfach absolut zahnig und glänzt und spiegelt. Und es ist einfach ein absolutes Fest, sich diese Karten anzugucken, denn die Zustände sind einfach absolut hervorragend. In die Sammlung ist übrigens viele Jahre Sammelleidenschaft geflossen insgesamt. Er hat mir quasi eigentlich den Teil der Sammlung überlassen, den er gar nicht verkaufen wollte. Was ich ihm auch wirklich sehr, sehr hoch anrechne. Ähm, hier haben wir einen Blue-Eyes-White-Dragon aus der Duelist League 9, äh, mit Bronze-Schrift tatsächlich. Ähm, die meisten, die ich habe, haben so blau oder so eher silberwirkende Schrift. Äh, den Bronze habe ich noch gar nicht so oft. Ich werde mir das mal angucken. Ich glaube nämlich hier an der Seite leider eine Beschädigung ausgemacht zu haben. Das kann ich allerdings erst nach, ähm, dem Opening genauer sagen. Da müssen wir gucken, aber auch die geht tatsächlich ein bisschen was und ich glaube, die mit der Bronze-Schrift war auch ein, äh, oder ist mittlerweile einen Ticken seltener als, ähm, der Blue-Eyes aus dem selben Set in anderen Schriftfarben. Und dann haben wir hier nochmal ein Delinquished Duo, das ich auch nochmal kurz, ähm, rauslegen möchte, um das mal anzugucken. Denn das ist tatsächlich First Edition aus Magic Ruler tatsächlich sogar. Und ihr seht auch hier absolut clean. Also, äh, so alte Karten in dieser Qualität findet man wirklich, wirklich, wirklich selten. Also das ist, ähm, das sind absolute Raritäten, meine Freunde. Man findet sie immer mal wieder in guten Zuständen recht häufig, äh, mit dem einen oder anderen Makel. Aber so wie ich sie sammle, sage ich mal, findet man sie wirklich selten. So, jetzt gucken wir uns zunächst mal die weiße Box an. Die hat er auch zugemacht, die habe ich auch noch extra aufgeschnitten. Gucken wir mal, was er da alles noch drin hat, an interessanten Stuff. Hat was das Artwork, gefällt mir sehr gut. Ähm, Edelsteinritter Seraphinit, okay, nice. Einen Obelisken, mhm, 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 mhm. Der Geflügelte Drache von Ra, why not? Archfiends Call, mhm. Zerstörungsdach, das ist jetzt eher so Random-Kram, okay. Archfiends Manifestation, die ist auch echt nice. Nochmal einen Spiegelkraftdrachen. Einen tyrannischen Explodierdrachen. Geisterumgeheuer, Ulti-Petalphien. Den möchte ich mir kurz zur Seite legen, weil der kommt aus Secret Forces und da war die Printqualität echt für den Arsch. Deswegen sind auch Karten ohne Silver Ring von denen wirklich schwer zu finden. König Dragoon, okay, mhm, mhm, mhm. Nochmal Slifer, oh, ein Blue-Eyes Shining Dragon. Auch nicht schlecht, wenn der im guten Zustand ist. Archfiends Ascent, okay. Oberster König Sark, okay, aus der Megatin, why not? Geht auch ein paar Euro. Dann Dragons of Legends 2, magischer Zeithammer, okay. Nicht schlecht. Ein Dark Magician aus WPT, der hat seine besten Tage allerdings schon hinter sich. Der hat leider Gottes Silver Ring und das nicht zu wenig, okay. Dunkles Magiermädchen Drachenritterin aus Dark Revelation 3. Oh, aus der Mansion of Chaos Dimension Fusion First Edition tatsächlich. Auch nicht schlecht, sieht man gerne. In einer Megahöhle. Nochmal ein dunkler Magier aus dem Stardag Yu-Gi Evolution. Einen Totenkopfdiener aus LOB First Edition. Zwar nicht mehr so top mint, aber trotzdem, da geht tatsächlich sogar ein bisschen was. Eine Polymerisation, sehr schön. Sieht auch eigentlich wirklich noch gut aus. Dann Jinso, die Maschinenbedrohung, okay. Zweimal tatsächlich. Auch nicht schlecht. Oh, Titanic-Lard der Aschendrache. Das ist eine schöne Secret Rare aus Rise of the Duelist. Geht zwar nicht viel, aber das Artwork ist halt einfach der absolute Oberhaber. Kommt jetzt hier gerade nicht so wirklich zur Geltung, weil das in so einer Mattenhülle steckt. Mein Tipp an alle Sammler, kauft euch keine Mattenhüllen. Keine, keine, keine Mattenhüllen. Geh raus da. Seht ihr das? Wahnsinn, das ist eine so schöne Karte. Dieses Artwork ist einfach so schön designt worden. Und oh, das will ich mir angucken. Das ist der Blue Eyes Ultimate Dragon aus DLG1. Also quasi aus dem, wie der Exodia-Kopf halt auch. Was soll ich sagen? Also die Quali sieht echt gut aus. Mega nice. Mega nice. Das ist so ein kleines Highlight. Das können wir uns rauslegen. Wobei ich das eher hier an die Seite legen möchte. Nicht über die Top-Loader. So, dann haben wir ein United We Stand. Das sieht aber nicht mehr so fresh aus. Nee, nicht mehr fresh. Dunkler Magier des Chaos aus der Yu-Gi-Legendary Decks. Ein Summoned Skull aus dem Anniversary Pack. Der hat hier, glaube ich, links einen kleinen silbernen Punkt. Aber ansonsten sieht der gut aus. Das Coole ist, die japanische, so wie unsere Version, hat halt so einen weißlichen Hintergrund. So eine Perlmut-Farbe irgendwie. Bei der koreanischen Version fehlt das komplett. Das ist einfach bloß eine spiegelnde Fläche. Das ist auch recht wickig. Dann der Totenkopf-Würfel. Okay, auch nicht schlecht. Dark Magician Girl. With Big Boobs. Aber ziemlich ramponiert offensichtlich. Okay. Der anmutige Würfel. Dann Ultimate Rare. Haftender Sprengstoff. Der hat aber Whitening an der Seite, wie ich sehe. Okay. Auferstandener König Haar. Madness in Ultimate Rare. Der hat auch Beschädigung. Okay. Rampage Rhinus aus Cyber Dark Impact. Auch der hat schon bessere Zeiten gesehen, wie ich sehe. Ist jetzt nicht schlecht vom Zustand, aber er hat teilweise Stellen am Rand. Dann, das ist auch eine Seltenheit. Aus Doll of the Duelist. Hammerschuss in Ultimate Rare. First Division. Findet man auch nicht mehr so häufig. Ist auch, glaube ich, noch ganz okay vom Zustand. Jetzt so für die offizielle Sammlung nichts mehr, aber vielleicht für meine private. Und dann haben wir hier Gaia Drach liegen. Die Universalkraft. Die sieht gut aus. Hier liegen wir mir hier kurz zur Seite. Oh, 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 oh. Da wollen wir gleich mal den Zustand überprüfen. Maximum 6. Der ist aber ramponiert. Zwillingsbeschwörer. Zweimal Zwillingsbeschwörer. Die sehen übrigens ziemlich gut aus. Die möchte ich mir mal rauslegen. Definitiv. Dann, oh, Bronn. König der finstere Welt. In Ultimate Rare ist auch schön. Aber ich sehe, der hat auch hier unten einen Knick. Schade, Marmelade. Bronn ist nicht viel wert, aber ich liebe einfach diese Karten. Schwester aus Storm of Neos. War das, glaube ich, oder was? Strike of Neos? Ich verwechsel das mal. Ich glaube, Strike of Neos war es. Sehr schön. First Edition. Sieht auch gut aus vom Zustand her. Dann haben wir noch eine weitere tatsächlich. Auch nicht schlecht. Sieht eigentlich auch ganz okay aus. Und dann haben wir einen heroischen Champion. Gandiva First Edition. Außer bis Rising. Der auch ganz gut aussieht. Jetzt wollen wir uns mal den Flammenfluggemann ansehen. Ich glaube, der hat gesagt, dass er nicht so toll ist. Ja, der hat, oh ne, der ist nicht komplett im Eimer. Also die Oberfläche ist eigentlich noch ganz okay. Aber an den Rändern hat er ein bisschen was. Definitiv. Schade, Marmelade. Den hätte ich gerne in der offiziellen Sammlung gehabt. Der ist ja schon schwierig in anderen Mitte zu finden. Und der ist irgendwie Gummi. Habt ihr gerade gesehen, wie der in die Hülle rein ist? So, seht ihr das? Wie der sich sofort wölbt? Also der kommt mir extrem dünn vor. Das sah jetzt vielleicht ein bisschen grob aus, was ich gemacht habe. Aber ich weiß, wie man mit Karten umgeht. Also eigenartig. Okay. Der Gaia-Drach liegen. Der ist gleich doppelt gesleeve. Einige Mittel. Der Gaia-Drach liegen. Sieht gut aus. Der sieht echt gut aus. Der ist Minty. Der ist Minty. Okay. Jetzt möchte ich bloß noch, ich weiß, Entschuldigung, ich möchte nicht langweilen mit dem. Aber ich bin einfach neugierig, ob der ohne Silver Ring auskommt. Aber ne, auch der hat Silver Ring oben. Schade, aber ansonsten echt gut. Dann haben wir hier noch die zweite Tin. Raus mit euch, Burschen. So, stellen wir das mal hier her. Okay. Hier haben wir was Uneingehülltes. Ach, Herr Jemine. LED 7 Stuff, okay. Holos, 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 oder wie? Nice. Das ist ja mal mega cool. Wir haben hier lauter LED 7 Holos, Leute. Nicht schlecht. Von dem Set habe ich bedauerlicherweise noch nicht so viel. Ihr müsst wissen, bei modernen Sets ist es meistens so, dass ich ein bisschen hinterher hinke. Also bis ich von den Sets, die mal neu rauskommen, dann mal was bekomme in ausreichender Menge, sage ich mal. Vergeht meistens ein Jahr. Weißer Aura. Bihamut, okay. Alles das jetzt? Den gab es dort als Reprint in Ultra Rare. Auch nicht schlecht. Oh, Wächterschleim. Ich liebe diese Karte, so schön ägyptisch. Und gleich nochmal einen. Okay. Nochmal einen Bihamut. Also das ist ja cool. Richtig viele Ultra Rares. Glutkanone. Und hier haben wir dann nochmal ein paar Supers, oder? Okay, nicht schlecht. Nicht schlecht, Herr Specht. Dann gucken wir mal, was hier noch vielleicht Interessantes dabei ist. Scapegoat, der ist aber komplett abgeranzt. Ein blau gegen weißen Drachen. Aus Wansai. Der geht auch mittlerweile ein bisschen was. Aber der sieht nicht gut aus. Nee, nee. Der ist auch kaputt. Vor allen Dingen, die Hüllen sind ja böse, ne? Red Eyes. Aber auch ziemlich lädiert. Einen Zeitzauberer. Aus DL1. Der geht eigentlich. Ja, der geht. Den kann man rauslegen. Finde ich cool. Finde ich cool. Genau, Ehrung der Verdammten aus Metal Raiders. Verräterische Schwerter aus Dark Beginning. Die sind vielleicht auch noch ganz interessant vom Zustand her. Aber, nee, der ist nicht mehr gut. Aber, nee, der ist nicht mehr gut. Der ist nicht mehr gut. Ein paar Herren der Drachen. Okay. Drachen flöten. Letzter Stapel. Drachen flöten. Ah, die Klassiker. Nochmal einer aus DL1. Sehr cool. Ah, nee, 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 der ist nicht gut. Der ist nicht gut. Nope. Den kann man beiseite legen. Und noch eine coole Karte. Twin-Headed Behemoth. Aber der ist auch kaputt. Okay. Hier scheint es jetzt mehr so... ...Kamen und Rares noch zu geben. First Edition auch nicht schlecht. Die ist vielleicht noch ganz interessant. Schauen wir mal die noch an. Das ist ein Movie Pack. Die interessiert mich noch. Aber auch die ist leider Gottes kaputt. Schade Marmelade. Ja, meine Freunde, das soll es aber auch wieder gewesen sein. Für den heutigen Tag. Ich habe das Ganze jetzt mal so grob zusammengerechnet. Wir liegen bei in etwa P-mal-Daumen 11.000 Euro Kartenwert. Das ist eine schnieke Gesamtsumme, würde ich mal sagen. Also den Löwenanteil macht natürlich vor allen Dingen der Blue Eyes White Dragon First Edition sowie der Schwarze Rosendrache. Und einige der Old School First Editions sind auch richtig, richtig in die Höhe gegangen. Wirklich absolut utopisch, was da teilweise an Preisen mittlerweile verlangt werden können und auch bezahlt werden. Auch, dass der geflügelte Drache von Rares so teuer ist, hätte ich gar nicht vermutet. Also, dass er sich im Wert so hält. Wobei, natürlich ist eine Götterkarte wahr, vorherzusehen. Ja, das soll es aber auch wieder gewesen sein für den heutigen Tag. Wir sehen uns zu einem weiteren Opening und bis dahin macht's gut und haltet die Ohren steif.